Hochzeit auf den ersten Blick, Melissa etwa wieder verliebt? Melissa hat bei Hochzeit auf den ersten Blick Philipp das Ja-Wort gegeben. Doch ein Jahr nach der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes, den sie in der Öffentlichkeit nur im Nennen, trennte sich das Paar im Dezember 2021. Im Sommer vergangenen Jahres überraschte Melissa ihre Follower, innen mit Liebesnuss, sie ist wieder vergeben. Allerdings scheint die Beziehung zu dem Mann, dessen Identität sie nie preisgab, wieder vorbei zu sein. Die wenigen Pärchenfotos sind von ihrem Instagram-Account längst verschwunden. Zudem ließ ihre Aussage wer braucht schon Männer, im Februar dieses Jahres in den sozialen Medien aufhorchen. Ihre aktuelle Instagram-Story sorgt nun erneut für Spekulationen in Bezug auf ihr Liebesleben. In einer Fragerunde möchte ein Fan wissen, ob es ihr schwerfällt, alleinerziehende Mutter zu sein. Ich habe tatsächlich durch meine Familie ein gutes Netzwerk an Unterstützung und dazu noch den einen oder anderen Herzensmensch an meiner Seite. Daher würde ich nicht sagen, dass ich alles alleine stemmen oder machen muss, sick? Schreibt Melissa, ob es sich bei besagtem Herzensmenschen um einen neuen Partner handelt. Lässt sie zwar offen, doch diese Annahme scheint nahe zu liegen. Die Fernseh-News der vergangenen Woche lesen sie hier. Verwendete Quellen, Instagram.com Verwendete Quellen Verwendete Ich Vielen Dank.